Hallo, mein Name ist Birgit Kumpfmüller, ich komme aus Köln und arbeite als Mentaltrainer und habe einfach nach einer Möglichkeit gesucht, mit Kindern zu arbeiten und bin dadurch auf die Ausbildung von der Alexandra und von Michael gestoßen auf Genialico. Mir in meiner Arbeit ist immer sehr wichtig, die Stärken zu stärken und eben immer zu sagen, was kannst du gut, was klappt ganz gut und da hat mich das Konzept von Genialico total überzeugt. Es macht super Spaß, die Ausbildung ist sehr vielfältig, ich finde, es ist für mich eine optimale Mischung aus Theorie, vielen praktischen Beispielen, die wir selber ausprobieren und eben viele praktische Sachen, die die beiden erzählen und ich für mich kann nur sagen, optimal, einfach richtig Genialico.